Seit gut einer Woche geht es für die Aktienmärkte wieder nach oben und die Frage, die sich die Investoren jetzt stellen müssen, naja, ist das ein neuer Trend? Werden wir neue Allzeithoch sehen? Sollte ich also weiter kaufen, weiter investieren oder sollte ich vielleicht das Gegenteil tun, weil es sich um eine Bärenmarktrallye handelt, also praktisch um eine Rallye, die so eine Erholung ist und dann doch neue Tiefs generiert? Diese Frage will ich in diesem Video ein bisschen beleuchten und dabei eins und eins zusammenzählen. Mal sehen, wie das Ergebnis ausfallen wird. Zunächst mal, was ist gestern passiert? Wir haben eine Rallye gesehen, vor allem im Technologiesektor, Nasdaq der beste Index, S&P gut 1% nach oben, Finanzwerte nach oben, das Einzige, was gestern nach unten gekommen ist, ist Energie, also der Sektor, der seit Jahresbeginn mit Abstand der Beste ist, eigentlich der Einzige, der wirklich nachhaltig im Plus ist und wir haben gestern gesehen, die Fortsetzung dieses Short Squeezes, 20% sind die Most Shorted Stocks jetzt gestiegen, das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt, die abgesichert waren, der Pessimismus war groß, etc. Und dann passiert eben das Gegenteil, das was wir jetzt gesehen haben, sprich das für eine Rallye oder doch eine Bärenmarktrallye, schauen wir uns die Dinge mal weiter an. Hier sehen wir oben den Chart des S&P 500, der aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen ist. Das ist zunächst mal positiv, der Wix, den wir hier unten in diesem oberen Chart sehen, der ist aus seinem Aufwärtstrend nach unten durchgebrochen, also von der Seite her sagt die Charttechnik, da kann durchaus was weiter nach oben gehen. Im unteren Chart sehen wir den S&P 500 und ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen, der obere Bereich ist der RSI, hier sehen wir eine negative Divergenz. Wir können also im kurzen Zeitfenster durchaus jetzt erstmal Probleme kriegen. Es würde mich wundern, wenn diese Rallye von gestern sich heute fortsetzen würde, ist nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher, dass wir eine Seitwärtsbewegung mit leichter Schwäche sehen, so zumindest derzeit der Stand der Dinge, eben weil der Markt jetzt sehr, sehr stark im kurzen Zeitfenster überkauft ist. Das ist zunächst mal die Mikroperspektive, könnte man sagen, also die kürzerfristige Perspektive. Jetzt kommen wir mal zur längerfristigen Perspektive und zählen eins und eins zusammen. Was hat die Märkte nach oben getrieben in den letzten Jahren, vor allem seit der Corona-Krise nach oben getrieben? Das war ja die massive Liquidität der Notenbanken. Wir haben also praktisch eine Stilllegung der Wirtschaft gesehen. Die Unternehmen haben kein Geld verdient, aber dennoch sind die Kurse massiv nach oben gegangen, weil die Notenbanken massiv Liquidität in die Märkte gepumpt hatten. Was passiert jetzt? Jetzt sehen wir, dass das Quantitative Easing der FED beendet ist. Es kommt also keine neue Liquidität. Die FED wird die Zinsen anheben und wird die Bilanz reduzieren. Also das Gegenteil von dem, was wir vorher gesehen haben, jahrelang. Spricht das also für eine Rallye eher nicht, denn Liquidität ist offenkundig, wie wir in der Corona-Krise gesehen haben, als die Märkte gestiegen sind, obwohl die Wirtschaft massiv gefallen ist, der entscheidende Treiber für die Aktienmärkte. Wenn also die Liquidität abnimmt, die Liquiditätsversorgung abnimmt, wenn die Finanzkonditionen gestrafft werden, dann dürfte es für die Märkte auch schwieriger werden. Hier hat Jim Stack gesagt, die Blase war monetary driven, war also eine monetäre Blase. Und er sagt weiter, ich glaube, das Ende dieser Blase ist dann wahrscheinlich auch wieder ein monetärer Trigger, nämlich die Rückabwicklung dieser ultralachsen Geldpolitik durch die Notenbanken, vor allem die FED mit hin, also Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung. Genau das sehe ich auch so, sodass das eben ganz klar für diese Bärenmarkt-Rallye-These spricht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die FED derzeit aufgestellt ist. Gestern hat sich ein Mester noch mal geäußert, seitens der FED. Die sagt also, wir sollten die Zinsen anheben bis auf 2,5% in 2022 und dann noch mal ein paar Zinsanhebungen machen. Hier, ich glaube, wir werden einige 50 Basispunkte-Anhebungen brauchen bei den nächsten Meetings, also praktisch 0,5 Zinsanhebungen brauchen. Das ist praktisch die direkte Ankündigung, dadurch, dass das andere FED-Mitglieder auch gesagt haben, dass bei der nächsten Sitzung der FED die US-Notenbank dann wirklich ein halbes Prozent die Zinsen nach oben nehmen wird. Die FED Fund Future preisen das schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% ein. Denn sie sagt, getting inflation under control is the best thing we can do to make sure health-labor-markets continue. Die FED hat ja vor allem die zwei Aufträge, Geldwertstabilität derzeit nicht so gut gelungen und Arbeitsmarkt gut gelungen, relativ. Und sie sagt, wir gehen davon aus, dass wir weiter, dass die US-Wirtschaft weiter ganz gut wachsen wird, also nicht in eine Rezession fallen wird. Und das ist sozusagen dieser zumindest nach außen geäußerte Optimismus der FED, der zu dieser Haltung führt. Ja, ja, wir können ja die Zinsen anheben, ohne dass das wirtschaftlich Schwierigkeiten bringen wird. Das ist auf Deutsch gesagt sehr unwahrscheinlich, aber dazu gleich mehr. Hier sehen wir zunächst mal das größte Inflationsproblem. Und die FED hat als Auftrag bekommen, bekämpfe mir die Inflation durch Joe Biden. Das größte Inflationsproblem sind die Vermögenspreise, wie wir sie hier etwa sehen, etwa beim Nasdaq, der S&P 500 etc. Da ist das, was man als Vermögenspreisinflation bezeichnen kann, am meisten durch die Decke geschossen, viel weniger in der Realwirtschaft. Jetzt zieht auch die Realwirtschaft in Sachen Inflation an. Also muss da etwas passieren durch die FED. Wenn wir uns jetzt mal die Analogie etwa zum Jahr 2018 anschauen, also einem Zeitraum, wo die FED ja auch die Geldpolitik gestraft hat durch Zinsanhebungen und dann Paul die Märkte ein bisschen geschockt hatte, als er sagte, ja, Bilanzreduzierung auf Autopilot, dann sehen wir, wenn diese Analogie, die bisher hervorragend funktioniert hat, sich hier durchsetzt, dann könnten wir bis etwa, ja, Ende April, so sagt es diese Grafik hier oben von Soberlook, könnten wir bei 3.800 Punkten sein, wenn sich diese Analogie ausspielt. Gucken wir die Analogie zum Jahr 2008 an, dann sehen wir, wir werden auch eine ähnliche Formation, dass hier jetzt eine Rallye passiert, passt in dieses Muster noch rein. Also das ist nicht widerlegt, dass wir hier ähnlich eine Schulter-Kopf-für-Schulter-Formation vorliegen haben, die sich dann nach unten auflösen wird. Wird man sehen, vielleicht wird alles anders, vielleicht ändert die FED ihren Kurs, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich ist es. Ja, ist dieser Optimismus der FED berechtigt? Karl Icahn, ein ganz greenhorniger, unerfahrener Investor, sagt, nein, das ist wohl nicht berechtigt. Ich glaube wirklich, dass wir in eine Rezession fallen oder sogar schlimmer. Es wird ein Rough Lending geben. Inflation is a terrible thing when it gets going. Also wenn die Verzogung mal da ist, kriegst du die wahnsinnig schwer gestoppt. Und wenn wir uns mal den Bank of America's Financial Market Stability Risk Index anschauen, der auf einer Umfrage unter diesen großen Fondsmanagern basiert, dann sehen wir, dass da durchaus Downside Risk noch für die Equities ist, also für die Aktienmärkte ist. Und wir sehen hier vor allem eine interessante Geschichte. Derzeit steigen ja die Renditen für US-Staatsanleihen massiv. Wir haben nicht gerade tolle Nachrichten aus der Ukraine. Da gibt es ja immer wieder die Hoffnung, Waffenstillstand irgendwie etc. All das ignorieren die Märkte. Ist das innere Stärke oder einfach nur Ignoranz? Das werden wir wahrscheinlich erst in Zukunft wissen. Jedenfalls sehen wir, dass die Renditen massiv nach oben gehen. Hier etwa die 10-jährige US-Anleiherendite jetzt deutlich, deutlich höher als die Dividendenrendite beim S&P 500. Gesetzt den Fall. Und der S&P 500 oder die Aktien darin würden sich null bewegen. Dann hat man ja nur die Dividendenrendite. Also man würde damit Anleihen besser fahren. Und die Differenz ist jetzt so groß, wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr, als die FED begann eben die Geldpolitik zu straffen und die Bilanz zu reduzieren, beziehungsweise zu sagen, ja, auf Autopilot, bevor dann Paul im Januar 2019 all das rückgängig machte. Also von der Seite spricht auch manches dafür, dass jetzt mehr und mehr Geld innerhalb dieser Straffung der Geldpolitik durch die FED in Safe Havens fließt, in sichere, angeblich sichere Häfen wie US-Staatsanleihen. Also da auch ein weiterer Punkt. Und wir sehen, dieser Anstieg der Renditen heißt ja, dass die Kurse der Staatsanleihen fallen. Die globalen Bonds haben jetzt 11% verloren vom 2021er-Hoch. Das ist der größte Verlust ever. Und zwar, wir sehen, dass jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihen-Rendite bei 2,40% ist. Und hier sehen wir mal einen Chart dieser 10-jährigen US-Rendite seit dem Jahr 1987. Und wir sehen, da sind wir ja permanent in einem Abwärtstrend mit den Renditen gewesen. Jetzt sind wir an einer Kante, wo dieser Ausbruch erfolgen kann. Das ist wahrscheinlich ein Widerstand, dieser Trendkanal, dieser Abwärtstrendkanal. Aber wenn die Geschichte hier drüber geht, uiuiui, dann hätten wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Platz nach oben bei der Rendite. Und ja, die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Warum können dann die Anleiherenditen nicht deutlich steigen als Kompensation für diese Inflation? Das ist ja gar keine Frage. Und dass die Anleiherenditen steigen, hängt auch zusammen mit der sehr umfangreichen Tätigkeit der Emission von US-Staatsanleihen. Jetzt kommt also immer mehr Angebot auf den Markt. Die Amerikaner emittieren so viele Staatsanleihen wie seit der Corona-Krise nicht mehr. Nämlich 850 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten. Das bedeutet also, da ist die Fed jetzt nicht mehr als Käufer am Start. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Jetzt kommen immer mehr Anleihen auf den Markt. Also ich habe immer mehr Angebot bei gleichzeitig Wegfall des größten Nachfragers, nämlich der Fed. Das bedeutet, dass da natürlich das Risiko weiterer Renditeanstiege sehr, sehr groß ist. Was bedeutet das? Auch etwa für uns hier in Deutschland, wenn wir uns mal die 10-jährige Mortgage-Back-Securities-Yield anschauen, also die Rendite respektive der Zins bei deutschen Pfandbriefen, die ja für die Immobilienkredite relevant sind, dann sehen wir hier den größten Anstieg in 8 Jahren. Und das dürfte vielleicht noch weitergehen. Das ist ein Stresstest dann für den deutschen Immobilienmarkt, der ja so massiv gestiegen ist. Und ein Stresstest für die Aktienmärkte ist dieses stagflationäre Umfeld, in dem wir uns befinden. Also eine sehr wahrscheinliche Abschwächung der Wirtschaft durch Lieferkettenprobleme, massiv gestiegene Rohstoffpreise etc. Sie kennen die Litanei. Wie haben sich die Aktienmärkte in den 70er Jahren geschlagen? Das fragt sich Jörg Krämer von der Commerzbank und sagt, naja, das ging eigentlich eher seitwärts. Weniger, vor allem ein rückläufiges Kurs-Gewinn-Verhältnis war da der Fall. Die Kosten steigen für die Unternehmen. Das können sie kaum 1 zu 1 weitergeben. Und vor allem ist die Unsicherheit hoch. Also schauen wir mal, wie es jetzt in den 2020er Jahren weitergeht. Auch mit unserer Lebensmittelversorgung. Hier hat er gestern ja afrikanische Länder gezeigt, die fast zu 100% etwa Somalia, Benin abhängig sind von Importen, von Weizen etc. aus der Ukraine und Russland, was jetzt nicht mehr passiert. Wie schaut es denn bei uns aus? Eigentlich hat Deutschland, so ein Artikel in der Agrarheute, genug Nahrungsmittel auf dem Papier. Schaut man jedoch auf die Preise, dann sprechen diese eine andere Sprache. Wir sehen, dass die Preise hier massiv gestiegen sind. Und der Bauernpräsident Ruckwied sagt, also ich rechne nicht mit Ausfällen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Versorgung sehe ich, Zitat, bis zum Frühjahr 2023 gesichert. Für den Zeitraum danach wage ich keine Prognose. Uiuiui. Hier sehen wir mal, was wir in Deutschland oder wie es mit unserer Selbstversorgung anschaut. Und Kartoffeln haben wir genug, 145%. Also, wenn Sie jetzt Prepper-mäßig unterwegs sind, dann brauchen Sie sich nicht mit Kartoffeln eindecken. Das werden wir wahrscheinlich hier schon hinkriegen. Zucker allerdings haben wir auch sehr viel. Fleisch haben wir auch sehr viel. Milch haben wir sehr viel. Auch Getreide sind wir gut ausgestattet. Bei Eiern wird es schon schwieriger. Die importieren wir weitgehend und nicht selten aus Polen, by the way. Dann Hülsenfrüchte, Gemüse, Honig und Obst. Das ist das, was Mangelware werden könnte, weil wir schlichtweg da zu wenig produzieren, um uns selbst zu versorgen. Und auch die EU-Kommission wird jetzt nervös. Wegen des Ukraine-Kriegs wird jetzt die Krisenreserve mobilisiert. Das ist ein interessanter Punkt. Da werden auch bestimmte grüne Projekte, die eigentlich hier angesagt waren, die geplant waren, werden jetzt erstmal auf Eis gelegt aufgrund der Situation. Und das zweite ist eben dieser Energiesektor. Wir haben hier mal eine Grafik, die zeigt, welche Währungsräume in Sachen Energie am besten aufgestellt sind. Und auch das könnte eine Investment-Idee sein. Und am besten aufgestellt ist Norwegen. Die haben ja sehr viel Öl. Australien, solche Länder. Wir sehen auch Russland natürlich, Kanada. Wir sehen auch einigermaßen ordentlich die USA mit dem US-Dollar. Und am schlechtesten aufgestellt ist Deutschland, Tüskland. Und an letzter Stelle, also das ist sozusagen ein Riesenthema, das für die nächsten Jahre sehr, sehr relevant werden kann. Und deswegen ist ja unser grüner Wirtschaftsminister nach Katar geflogen, um da einen Deal zu machen. Was ich persönlich gut finde, dass da Pragmatismus über Ideologie siegt. Es wird mir immer vorgeworfen, ich lästere gegen die Grünen. Nein, ich war ein Anhänger der Grünen einst, weil ich groß geworden bin in dieser schrecklichen, stagnierenden Kohl-Ära, als eine Generation es geschafft hatte, den Wiederaufbau zu managen und dann irgendwie so fett und satt und selbstzufrieden war. Das kam alles bei Helmut Kohl zum Ausdruck. Die Grünen waren progressiv, waren dagegen. Und das hat mir gefallen. Jetzt allerdings habe ich meine Probleme mit diesem autoritären Charakter der Grünen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, weil wegen der Umwelt. Das ist ja eine Parallele zur AfD. Beide sind autoritäre Parteien. Die einen wegen der Umwelt, die anderen wegen der Migration. Aber das nur am Rande. Jedenfalls das Emirat Katar hat pro Kopf den höchsten Kohlendioxid-Ausstoß, weil vor allem die Gasindustrie eben da so besonders umweltfreundlich ist. Also das ist natürlich ein Punkt, der hier, naja, die Grünen natürlich auch schmerzen wird, gar keine Frage. Und uns schmerzen wird jetzt, dass durch diese ganze Russland-Geschichte viele Transporteure, viele Produzenten sagen, also ich will nicht mehr, dass meine Waren durch Russland transportiert werden. Das hat dann Auswirkungen auch auf den Eisenbahnverkehr, der wichtig ist auch für den Warentransport von China etwa nach Deutschland. Und das sehen wir hier in weiteren Problemen der Lieferketten, die wiederum die Inflation nach oben bringen. Unten sehen Sie etwa mal die Frachtraten für Schiffscontainer und Luftfracht und die sind weiterhin sehr hoch. Also da ergibt sich keine Entspannung. Apropos Russland, der will zum G20-Treffen kommen in Indonesien in diesem Jahr. Morgen kommt der Joe Biden nach Europa. Da wird sich die NATO treffen. Da bin ich gespannt, was da verabredet wird. Putin traut sich also scheinbar zum G20-Treffen. Mal gespannt, wie er da empfangen wird. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie jetzt in den wohlverdienten Sonnenschein entlasse, noch ein Hinweis auf einen Artikel. Wir haben ja eine großartige EZB, die so tut, als hätten wir keine Inflation. Und die würde dann auf 2% zurückgehen. Während in Ungarn zum Beispiel gestern die Notenbank den Leitzins um 1% erhöht hat. Also das tut, was sinnvoll ist, während wir nach wie vor in einem desaströsen Notenbankumfeld sind, mit einer politischen EZB, die völlig neben der Spur ist und die uns noch große Probleme uns alten Bürgern bereiten wird. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Sehr, sehr sehenswert und lesenswert. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage sehr, bis zum nächsten Mal. Dass wir die Notenbanked und hier sehen, wo wir nach wie vor zum Artist kann sein werden, dass wir zur Ausg